Zeit. Was ist eigentlich Zeit? Für viele, Zeit holt nicht auf, atmet nicht, ändert sich nicht und ist fest. Aber Zeit bedeutet viel mehr als das. Sie ändert sich, sie atmet, sie lebt. Sie ist nicht eine Tatsache, sondern eine Variable. Die Zeit verbringt sich nicht immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Manchmal geht sie schnell, langsam. Ist erhägend, entscheidend oder ist sie einfach unendlich? Sie geht nicht nur um, sondern sie hat die Macht. Sie kann Freundschaften brechen. Diskussionen lösen oder anfangen. Sie ist der Anfang und das Ende. Aber sicher ist nur eines. Sie kommen nicht zurück. Aber sicher ist nur eines. Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die Verrube, in der man kann. sie verrufen. Vielen Dank.